wo bist du? ja Alex so wird das nichts wir müssen im Speed Tempo da durch rennen jetzt hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Minecraft Revenge 3 hallo! ja wir sind aktuell gegangen was jetzt keiner weiß ich hoffe nicht dass es jemand weiß ich hoffe auch nicht ne ich konnte nicht aufnehmen jetzt ein paar tage lang gut wir können einfach mal drauf gucken und mal gucken ob wir gesnipet werden ich hoffe es nicht 3,2,1 und drauf knicken direkt ja mal eigentlich sehen wir ja gut wir werden schon mal nicht gesnipet das ist schon mal recht crazy kommst du erstmal rüber zu mir? ja ich bin noch in das Schutzzet ja auch wer ist drauf? keiner gut hauptsächlich die Zammel ist gern schon zu mir ja wenn keiner drauf ist kann ich mich ja bewegen dann muss ich gern stehen bleiben mann also Ziel Zuckerrohr gell? ja Zuckerrohr nächste Folge dann halt craften wieviel Dias hast du? 8 Stück ich hab dreizehn ja auch kraft und sowas wollen wir schnell machen? ja warte musst du eigentlich gut oder so noch aber ich hab sechs Stück ich hab kein Gold nein ich hab mir ne Dias brust gemacht soll die auch machen? ja so ich hab kein Dias mehr geht's perfekt davon ich hab noch fünf Dias es reicht für nen Zaubertisch soll die die Iron Chestplate wegschmeißen oder nicht? ich hab meine weggeschmissen ja wir brauchen noch so random Sachen zu zaubern ne ja egal ne wieviel Iron hast du? ich hab 13 ich brauchtsk oder noch mehr hinter dir ist auch noch n Creeper aber lass den Creeper sein wir laufen einfach weiter die Zeit haben wir jetzt nicht für Creeper sie haben auch kein Zuckerrohr alter was ist denn das? da haben sich aber schon viele drüber beschwert dass es kein Zuckerrohr mehr gibt ja hat einer einfach in der ersten Folge alles mitgenommen ich find's sind Zombies ja haben wir überhaupt schon Zuckerrohr? nein nice das ist ja das Problem bei der ganzen Geschichte weißt du mhm hier gibt's ein Boot ey das gibt's doch nicht dass wir keinen Zuckerrohr finden die könnten am Boot machen richtig mit am Boot das ist ja mit Fluss und dann kann alles schau aus mhm hätte so cool aus als mehrere ey das gibt's doch nicht wollen wir jetzt jetzt rennen wir 10.000 Folgen wahrscheinlich hier rum ja warum nicht und suche ein Zuckerrohr gehst du noch immer alles raus entlang? nö bin hochgelpft siehst du doch wo ich gebaut hab ja der Alex rechts hoch bauen einfach ja warte schau da vorne noch ob der Zuckerrohr ist ich bin hinter dir ok essen essen müssen wir dann auch noch machen ich hab noch 3 gebratenes jahuuu gebratenes und 3 ungebratenes 5 ey das gibt's doch nicht ich laufe jetzt in die Richtung einfach nur straight in die Richtung nehm noch ein paar Spinnen mit ich sehe ganz gut nächstes mal erinnere mich dran beim nächsten warro dass ich direkt zuckerrohr mitnehmen in der ersten folge ja warum nicht beine und so kann man auch direkt mitnehmen nichts wäre sinnvoll wenn wir feuer auf dem schwert hätten dann wäre es direkt gebraten das würde cool ja Alex wo bist du ich bin glaube ich gerade noch ein bisschen schau die rennen glaube ich in die Richtung ja ein Stückchen links ok ja aber nicht gar nicht wir werden jetzt die ganze folge hier rumeiern ich werde keinen Zuckerrohr finden ich drehe durch wo bist du ja Alex so wird das nicht wir müssen im Speedtempo da durchrennen jetzt hier unten unter dir ok Speedtempo durchjumpen Zuckerrosieren da sind Wasser doch auch nichts Pup Ups Opernen Boah ey das gibts nicht na nimm die ganze Spalte noch mit Ja mach ja noch Ey das kann es doch echt nicht geben dass man hier im Varo-Projekt eine ganze Folge sinnlos umeiern und kein Zucker rausfinden. Ja, da war gerade Cobblestone, als ist es nicht so gut. Ach, hier ist aber keine sauren Säuber, weißt du. Maaaannn. Langsam können wir mal ein Fleischbraten gehen. Ich hab's noch, aber das geht extrem schnell runter als Essen, gell? Ja. Kann man so verhoben. Du bist schon wieder nicht mehr hinter mir, Alex. Immer noch. Ich bin schon ein wenigstens ein Stückchen weiter gelaufen. Ja, aber da ist nur Cobblestone. Hier ist auch eine Schlucht. Wir sehen den Bach lang, oder? Ja, ja. Immer den Bach lang. Immer den Bach lang. Aber die Cobblestone ist auch... Die Fläche ist unwahrscheinlich, dass die Zucker rauskommt. Ja, das ist so. Hier nehmen wir aber noch wieder Schweine mit. Noch mal wenigstens Fleisch. Boah, ey. Ich hasse das immer. Das scheiß Zuckerrohr. Ich nehm am Anfang nie Zuckerrohr mit, wenn ich wegrenne. Vom Start. Das ist ja was Filsam. Du machst es ja auch nicht, gell? Ja, aber wir waren ja eben in der Bumper am Start. Ja, stimmt. Und dann, keine Ahnung. Dann sind wir in die Mitte und dann sind wir in die Höhe. Mhm. Die Koordinaten von der Mitte weiß ich jetzt auch nicht. Machen wir in der nächsten Folge da. Ja, okay. Ich weiß es nicht mehr nicht. Äh, gibt's nicht. Maaann. Ich kann doch jetzt nicht daran scheitern, dass wir keinen Zuckerrohr finden, oder? Bist du rechts oder links, oder? Bist du rechts oder links? Links. Bist du rechts oder links? 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 Ich kann meine... Oh fuck. Mist. Die Aufnahme ist fail. Echt? Ja. Boah, ich sehe nichts passiert. Nö. Ja, jetzt ist sie da, die Aufnahme. Okay. Weil ich noch als Spiel GTA ausgewählt hatte. Ah, das ist nicht gut, ne? Ja, gut. Egal. Ist eh nichts. Wir rennen ja nur von A nach B. Genau, ja. Und machen gar nichts. Ja. Jo, ich brauche mich gleich mal essen, oder so. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, ich brauche dann auch gleich noch was. Hier hat sich schon jemand lang gebaut, hat bestimmt noch das ganze Zuckerrohr mitgenommen. Jawohl. Ja, wo bist du eigentlich? Auf einer freien Fläche. Okay. Gute Frage, wo das ist. Kann dir meine Koordinaten sagen, ja. Warte, ich bin da beim Ofen. Und braute bei Ingramboch. Minus 1380. 66. Und minus 400. Sehe Richtung, oder? Weiß ich nicht. Ja, okay. Er ist noch weiter, okay. Ja, er braut mir da kurz noch. Ich habe auch nichts mehr zu essen, aber ich bin noch voll. Boah, das gibt's doch nicht. Du hattest die ganze Mäppchen auf den Zuckerrohr ab, oder was? Hm? Hm? Was hast du gesagt? Oh, ich bin am spawnen. Alex, ich bin am spawnen. Am spawnen? Einfach einen fetten Screenshot. Warum nicht? Ich bin am spawnen. Ja, ja. Einfach mal so. Am spawnen wird sicher ein Zuckerrohr zu finden sein. Da wo jeder x-mal vorbeirennt. Oh, ey, ich kotze grad so ab hier. Das wird kein Zuckerrohr finden. Was machen wir in unserer Aufnahme? Nichts. 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 Drum rennen. Von A nach B um nichts zu machen. Muss er wieder erstmal dicht suchen. Ja, er rennt da den Bach entlang, gell? Ja, ja. Immer weiter da lang. Ey, das geht. Bauen wir jetzt Boot, ey. Es ist doch so, ey. Wieso rennst du da wie woanders denn wieder? Ja, natürlich. Weht's? Am spawnen brauchen wir gar nicht zu gucken. Ja, nicht, ne? Nein. Ich glaube nicht, dass wir uns anfangen wollen. Pfff. Maaan. Ja, zu viel. Die anderen sind ja schon enchanted. Ich würde nicht gegen jemanden kämpfen, der Prod 1 drauf hat, weißt du? Mhm. Das ist nicht cool, ne? Alex, kommst du jetzt mal langsam zu meinen Koordinaten oder chillst du jetzt weiter irgendwo? Ja, warte. Ich bin gerade einen Bach entlang weiter gesprungen. Oh, oh. Ja, aber sind die beide irgendwo? Ja. Minus 400? Bin gerade auf Dings. Warte mal, sag mal. Minus 1400, ja. Minus 1400, ja. Minus 1400 und minus 432. Ich glaube, ich rufe richtig, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe nicht, dass der andere von hinten kommt und mich wegklaascht oder so, weil ich rufe richtig. Ich rufe richtig. Ich rufe richtig. Ey Alex, ich habe keinen Schimmer, wo du bist. Ich bin jetzt ja bei 1000, minus 1700. Was? Ja. Alter, wo bist du lang? Ich bin gerade bei einem Sumpfgebiet. Alter, ich baue mir da jetzt direkt ein Boot. Komm auf. Alter, ich würde mal nicht sagen, du kommst zu mir, oder? Weil da schaut es aus wie ein Zugrohr. So viel so oft Zugrohr, oder? Ja. Die sind auch nicht am Spawn. Ich hoffe, die sind nicht neben mir, oder so. Ja, ich hoffe an, Alter. Ich sneak, Alex. Ich kann ja nichts machen. Joa. Wo bist du? Wohin muss ich? 1700? Und dann minus 400. Joa. Oh, gut. So cool ist. Mit ihnen? Ich fahre da gerade irgendwo umeinander mit dem Boot, gell. Ja. Und ja. Ja, ja. Hä? Warum? Das Boot geht drauf. Alex, wir müssten uns langsam erfinden, gell. Ja. Drei Minuten noch. Was? 1700? Ja, Minus halt, ja. Äh. Das können wir weg haben. Wie weißt du denn? Boah ey, wo muss ich denn hin? Alter, dass das so ein Sumpfbiome ist, mit dem Boot durchfährt. Und kann sich... Alter, wo bist du? Sumpfbiome? Das ist am Arsch der Welt. Du bist am Arsch der Welt. Du fährst die Absicht, ja. Warum? Nein. Ich schaue nur aufs Zucker. Natürlich. Ich schaue nicht, wo eine Lampe ist. Jetzt hat er... Jetzt hat er kein Zucker drauf, ja. Ich schaue nicht. Schönen Schäden machen wir schon. Wer jetzt besser siehst. Nein, das soll ich so sein. Wie auch? Bist du in die komplett falsche Richtung gelaufen? Hast du Zuckerrohr? Nee. Hey, Zuckerrohr. Ey, das ist ein Sumpfbiome und wir finden gar Zuckerrohr. Was ist falsch? Alles. Ich bin auf dem Berg rum, wo es schneit, Alter. What? Und ich habe nichts mehr zu essen. Okay, das ist nicht cool. Warte, wo bist du? Ich komme mal zu dir. Nein, jetzt suche ich einen Sumpfbiome. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich bin bei 1700. Minus 1000. Genau, 1700 minus und 582. Okay. Ja, du solltest da langsam ein riesen See mit einem Sumpfbiome anfinden. Können wir erstmal nicht erst mal Zuckerrohr finden, Alter. Wenn ich jetzt von den 2, die da jetzt gerade noch drauf sind, erwischt werde, gell? Ja. Ich kann nicht mehr sprinten, gell? Ich bin weg. Blöd. Instant. Ja, warte, ich komme eher zu dir jetzt einmal, weil sonst... Ja, ich bin bei... Fuck, Alter, wo bin ich? What are you? We go out to you? Chew corه? Boot fangen, und es wird immerhin schon 50 Boots geschwommen. Ja. Lass bei dir. Was gibt es hier? Da warst du wahrscheinlich. Hast du Kühe getötet hier irgendwo? Nö. Nicht? Uh oh. Wir sind bei 1800, Alter. Scheiße, ich musste auf Blätter gehen. Na, es geht nicht mehr. Was? Kommt ihr davor? Warum geht das nicht? Ich stehe im Wasser. I don't know. Und ich stehe am Arsch der Welt und weiß nicht wo du bist. Das ist wie so eine sinnlose Folge, wo wir voneinander wegrennen. Zu geil. Gut Leute, das war's mit der Folge. Sinnlos, whatever. Sehen uns einfach in der nächsten Folge. Haut rein und ciao. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Runde nicht eher的. Weitersachsen. Vielen Dank.